Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so einem Mädchen wie Rocker begegnet. Dein Name ist Ria Utilie Clementine Cesar Alva. Kurz Rocker. Kurz, genau. Rockers Leben ist anders. Darf ich euch meine Enkelsochter Rocker vorstellen? Papa ist bei der ISS. Oh Gott, das ist grausam. Ihr Schwiegersohnes bei mir ist. Was redest du denn da? Hi Papi! Hier ist es mit Oma. Die ist super. Kommen wir jetzt zur Klasse 5b? Mann! Nicht die Wollknollnummer. Na, erzähl uns was. Ich brauche mein Abi. Sonst kann ich meine Astronautenausbildung nicht fertig machen. Augenzeugen berichten von einem kleinen Mädchen, dem die 180 Passagiere ihr Leben zu verdanken haben. Hast du gar keine Angst? Würde das was bringen? Nein. Siehste? Rocker zeigt allen. Ich bin Rocker. Wie heißt du? Was wirklich wichtig ist. Kasper. Hey, hör auf damit! Hör zu, so geht das nicht. Wir brauchen einen Erziehungsberechtigten. Ich bin berechtigt, mich zu erziehen. Es gibt Gesetze an, die man sich halten muss. Ich bin sicher, du wirst dich in der Pflegefamilie wohlfühlen. Du kannst genau so wenig dafür wie ich. Du verbringst wirklich nur Unglück. Jeder hat seine eigene Geschichte. Aber ganz sicher hätte meine Mama nicht gewollt, dass ich immer nur traurig bin. Und deine Familie hätte das auch nicht gewollt. Wer mich nicht kennt, wer mich nicht kennt, der hat was verpennt. Ich liebe dich bis in die Sterne und zurück. Hat was verpennt. Wenn man etwas will, dann schau mir das auch. Sagt mein Papa immer. Wer mich nicht kennt, hat was verpennt. Komm, ich zeig dir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so einem Mädchen wie Rocker begegnet. Rocker verändert die Welt. Demnächst im Kino.